Bruder, ich hab ein Problem. Was ist? Hat Onkel eine Vollkaskoversicherung? Die Vollkaskoversicherung. Ich weiß es nicht. Wissen. Warum fragst du? Onkel, wie ist dein Auto versichert? Versichern. Mein Auto ist gut versichert. Das ist sehr erfreulich. Polizei hier, was ist? Der Nachbarsjunge ist gegen meinen Baum gefahren. Der Nachbarsjunge. Wie schnell haben sie von dem Unfall erfahren? Erfahren. Führerschein und Zulassung, bitte. Führerschein und Zulassung. Die Zulassung. Aladin hat keinen Führerschein. Tante, misch dich nicht ein. Tante, misch dich nicht ein. Sich einmischen. Warten. Wie lange müssen wir noch warten? Wie lange müssen wir noch warten? Warten. Das Wartezimmer macht mich ganz nervös. Das Wartezimmer. Machen Sie Ihren Oberkörper frei. Machen Sie Ihren Oberkörper frei. Der Oberkörper. Wird es wehtun? Wird es wehtun? Wehtun. Fortsetzung folgt. Wenn Onkel von dem Unfall erfährt. Wenn Onkel von dem Unfall erfährt. Das Wartezimmer macht mich ganz nervös. Wir baut dich nicht. Vielen Dank.